Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zum zweiten Part. Und ich kann wieder den Namen des Spiels vergessen. Definity. Ja, ihr seht es ja in der Videobeschreibung. Das Video heißt ja so, aber ich bin da sehr vergesslich. Und wir haben im ersten Part unseren Charakter erstellt. Und jetzt wollen wir mal hier anfangen zu zocken. Ah, ne, Tutorial lassen wir mal lieber an. Die Kamera ist mit rechts. Ah, da können wir so heranzoomen. Wegzoomen. Ich habe das mal rangezoomt. Obwohl, in dem Versionsspiel ist es vorweggesoomt vielleicht ein bisschen besser. Ich glaube, ich kann aber auch das Umrandete von den Charakteren oder wegmachen. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. So, sieht doch ein bisschen schöner aus, wenn die Konturen nicht da drum sind. Oh, hier ist eine Treppe. Da gehen wir mal hoch. Oh, da sind Gegner. Kampf. Hört sich im... Ich weiß es nicht. Ich kann ja kein Englisch. Aber bestimmt einige von euch. Aber die Kommentare von den Leuten... Hören sich nicht amerikanisch-englisch an. Das hört sich eher britisch-englisch an. So geradlinig. So... Aha. Weiß ich nicht. Es ist schwer zu beschreiben. Aber wäre ich jetzt mal über Feedback von euch echt dankbar. Von den Leuten, die Englisch können. Aber jetzt kann ich noch nicht. Aber das erschöne nicht. So, ich weiß nicht. Aber das ist gut. Time for some fancy footwork. Oof. Oof. Concealed with an eldritch smoke They're leader said something about escaping with a stone Stolen from this dungeon. I imagine can we get inside There is a stone and the castle will be beaten They will be able to escape the castle They will be able to escape. I can see them again. That's another one. One, two, three. The castle is just a place. BABBYUS BAAA We're Legionnaires of course Hot-liberators of liquor too, aren't we old chum? Hehehe Shhh Just paw down will you BABBYUS Have her captain watch Stood on the lo- Aye I know Best way to calm a wily dog is to ne- Tegody Just put the sock in it will you BABBYUS Hold on, hold on Not so quickly You may not be an orc Die hören sich... Entweder kommt mir das nur so vor... Gib mir doch mal bitte Feedback, ey. Entweder kommt mir das nur so vor, oder hören die sich sehr warm an. Ah, lass sie doch durch. Also, entweder kommt mir das nur so vor, ich krieg hier Halluzinationen, aber ich weiss auch nicht. Äh, ich brauche... Kampf... Jetzt muss ich gegen die Kämpfer... Okay... Nehmen wir das... ... ... Vielen Dank. Okay. Das haut dir ab, der Feigling. Oh, hab ich wieder ausgeschaltet? Ja, bin ich gut. Man kann seine Rüstung auch... Ach, okay. Ist auch cool gemacht, wenn man in den Fassrind guckt. Man kann seine Ausrüstung halt verbessern. Und man kann seine Rüstung verbessern. Okay, gut zu wissen. Oh, da unten kämpft was Großes. Oh, da unten kämpft. Oh, da hat man kriegt... Na, die Kappaprika, die kriegt wir so gut. So, wenn man groß ist, hier kommt. Oh, ich wollte doch... Zauern die ab, die Feiglinge? Hier kommen nochmal welche. Okay. Okay. Ich mag ja diese Taktik-basierenden Rollenspiele hier. Wie hier kann er halt nicht so viel machen. Man muss halt taktisch vorgehen. Kann ich hier auch richtig ran sein. Weil ich jetzt aber nicht so einen Kopf treffe, wenn ich das so nah sehe. Sieht zwar gut aus, aber... Äh, die Übersicht geht verloren. So... Okay. Oh... Oh, der Große war nicht durch aus. Oh, wie so immer icke. Oh, der Große war nicht durch. Was haut ab, der Feigling. Oh, der Große war nicht durch. Ich werde dich verraten. Sie haben das gesehen? Die Orte hatte einen Menschen-Kommander. Sie waren Vibius und Junius. Sie hörten die Kampf? Sie haben ihn sehr entschuldigt. Sie haben ihn vor seiner Zeit. Ein Tag kommt. Die Vengeance wird uns sein. Sie haben hier ein Ausrufezeichen über den Kopf. Immer noch. Was ist das alles? Ah, aber ich sehe, du bist so willkommen als ein Glut. So, du bist. Und du bist. Und du bist. Hier sind wir. Meet meine andere. Haha! No need zu sehen, dass ich so flabbergast bin. Ich bin so. Jetzt, dass die Katte ist, ist es schwierig, mich auf meine Finger zu stellen. Aber Captain Aureus, der Lokal Kommander der Legion, sagt, dass ich sie sehen. Ein Mensch, du sagst? Und zwar. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Die Ls. Ach, mein Schügelhautet andere drücken. Aber natürlich, es ist hilfreich, zu sprechen. Ich bin glücklich, dass du da bist. Und damit... sich... zwisch. Undead. Orks. Das sieht aus wie wir unsere Arbeit verletzten lassen. Nur auf wir, dass wir nicht zu schmerzen sind. Wie geht es mal sehen, dass wir uns schauen, den Aureus zu sehen, Arken zu sehen? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Nein, da ist es nicht. Ich bin ein ganzes Wachstum. Sie sagen, dass er an den alten und archaisen Geheimen ist. Ich glaube, dass du auch die alten Geheimnisse kannst. Nein, da ist es nicht. wo ist der verfügte hauptmann der turnet sich gern im hintergrund höre ich hab ja mein 5.1 auf das hört sich echt so an als würde ich jetzt da echt in der kneipe sitzen weil von links von rechts von oben von unten von allen richtungen ich kann aber ganz genau hören von wo also welche die euch kommt von links von rechts und so aber der tötet sich halt schon gut an wenn man jetzt so okay sie drückt das was sie ich wollte nicht weiter ich wollte nicht weiter ich wollte nicht weiter Was haben wir denn hier? Ich klaue dir das einfach mal. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 11. 11. 14. 14. 15. 15. 15. jörg hängern wie in aria wäten verwarnt irgendwo hier ein hauptmann sein aber ich sie schon wieder ich bin schon wieder über 20 minuten deswegen würde ich jetzt hier auch erst mal schluss machen und dann sehen wir uns im dritten part wenn wir hier weiter den hauptmann suchen bis dahin sagt euer odin